hallo ihr lieben heute habe ich mal was anderes also es hat jetzt nur bedingt was mit basteln zu tun aber es ist ein set was man wo man sich drum kümmern muss und ja ich mache mir kambodscha und ich habe mir dafür so ein set geholt das ist alles dabei es war ein bisschen ausgelaufen ich vermute das ist so ein bisschen da baut sich ja so ein bisschen die so eine kohlensäure so ein druck auf dadurch ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen das aufgegangen aber die lieferung war sonst okay gewesen ich werde zum schluss noch mal ein fazit ziehen wie für mich das jetzt ist ich habe es jetzt schon relativ lange zeit also ist jetzt schon einige wochen wo ich es jetzt mache und dementsprechend schauen wir einfach mal also in dem set ist tatsache alles drin außer eben wasser was man eben zu macht und das ganze wird dann zusammengefügt also in dem set sind 240 milliliter von dem bio kambodscha also so eine starter flüssigkeit mit dem scooby also mit dem pilz dann zwei tee beute einmal ein schwarzer und grüner es macht ungefähr sechs gramm tee und dann sind 70 gramm bio rohrzucker dabei und zufügen muss man dann insgesamt von dem ganzen 960 milliliter wasser das ganze ist so ein bisschen also ich bin da wirklich strikt nach anleitung gegangen weil ich natürlich noch gar keine ahnung hatte wie es jetzt am besten mache und hatte nur davon gehört bin also so ein bisschen durch zufall drauf gekommen und habe dann so ein bisschen geschaut was kann funktionieren für mich ich zeige euch übrigens nicht wie man jetzt wasser kocht oder ähnliches ne also nur so ich glaube wasser kochen könnte alleine und genau als start geht es dann los dass man 360 milliliter wasser zum kochen bringt und lässt den t da drin so ein bisschen ziehen ein bisschen ist gut das sind acht minuten das ganze benötigt man damit man relativ gute startbasis dann auch hat ich habe jetzt ein stück von dem warten wie der t dann zieht rausgenommen ich bin übrigens darauf gekommen so ein bisschen einmal weiß natürlich auch von gehört habe ich aber mich auch noch mal kundig gemacht habe und überlegt habe es soll ja gut für den damen auch sein die damen haushalt ist halt immer ein bisschen strapaziert ich glaube das hat jeder so ein bisschen und ich habe gedacht ich nehme mir jetzt einfach mal die möglichkeit und versucht es und dann schauen wir einfach mal was draus kommt ich kann dazu sagen dass übrigens schon als vorgezogenes fazit ich habe für mich jetzt noch nicht extremer veränderungen gefühlt aber ich habe für mich zumindest entschieden ich mache es aktuell erst mal weiter es schadet nicht also dementsprechend kann es auch nur gut sein immerhin nämlich auch dadurch flüssigkeit zu mir es wird so ein bisschen gesagt man nimmt halt einiges halt zu sich man kann glaube ich vielleicht bis 300 milliliter so viel nehme ich jetzt nicht ich nehme es in der regel zum frühstück zu mir und dann funktioniert das relativ gut man darf natürlich auch früchte mit rein machen dann weil das hat so einen leichten säuerlichen apfelessig geruch und und auch geschmack also dementsprechend da so ein bisschen schauen ob das was für euch ist oder nicht und ja und jetzt nehme ich den tee raus mir sei wie immer natürlich rein geplumpst aber gut das sollte dann so sein ganz wichtig ist dass das ganze nicht zu heiß ist für den pilz also dadurch sind die anderen gänge jetzt einfach wichtig als nächstes kommt nämlich der rohrzucker dazu ich habe jetzt auch die ganze zeit rohrzucker genommen ich weiß dass jemand anders so ein bisschen auch anderen zucker genommen hat ich habe es jetzt wie gesagt weil es auch überall stand mit rohrzucker gemacht und habe das so lange gerührt bis das gut sich aufgelöst hat ich habe gerade überlegt wie das wort heißt und danach kommen 600 milliliter kaltes wasser rein damit einfach dieser tee nicht mehr so warm ist der scooby der mag das nicht ganz also der mag das logischerweise nicht kochend und dadurch habe ich dann dementsprechend natürlich das kalte wasser rein gemacht habe so ein bisschen die für methode gemacht und damit das dann halt wie sagt man so schön als wird wie wenn es ein baby wäre man hält dann einfach mal die hand oder das handgelenk daran und genau und dann habe ich den diese starter flüssigkeit mit dem scooby rein gemacht ich fand es erstmal ein bisschen weil ich so richtig habe ich tatsache gar nicht gesehen und aber ich habe ihnen dann rein gemacht wie gesagt da ist so ein bisschen ausgelaufen ich vermute das lag so ein bisschen an dem druck der sich wahrscheinlich aufgebaut hat dadurch hat sich da vielleicht so ein kleines loch gebildet und ich habe dann so ein bisschen den schwung abgefedert mit dem löffel und genau und dann heißt warten dass die erste fermentierung oder fermentation sind sieben bis 14 tage ich habe es tatsächlich nach sieben tagen gemacht weil ich auch immer mal geschaut habe wie sieht es aus und der ort sollte dann zwischen 20 und 27 grad sein also am besten nicht heißer und ohne direkte sonneneinstrahlung ich weiß jetzt noch nicht was ich im sommer mache wenn es wirklich mal wärmer wird muss ich mir noch überlegen und dann schauen wir mal ja nach den ersten tagen hat sich dann so eine cellulose geschicht gebildet die war dann so ein bisschen weißlich und genau und dann habe ich irgendwann geschaut ob für mich der geschmack in ordnung ist und das und dann habe ich auch schon wie sage ich immer ich habe geerntet ich habe den scooby dann erst mal rausgenommen ich habe es jetzt bei den nächsten mal nicht mehr gemacht ich habe dann wirklich geschaut dass ich halt einfach nur den eben drinnen lasse und habe mir so einen mini trichter und so ein sieb damit halt wenn dort irgendwelche krümelchen also oder reste von dem pilz sind dass die da nicht mit rein plumpsen und dann habe ich das ganze in eine flasche umgefüllt und ganz wichtig immer ein rest drinnen lassen also einmal den scooby logischerweise dann den restflüssigkeit noch so ein bisschen man sagt immer so 240 milliliter ich glaube bei mir waren es manchmal ein bisschen mehr ich weiß jetzt nicht wie viel auswirkungen das hat ich versuche es jetzt aktuell mit ein bisschen weniger weil ich das gefühl habe das wird aktuell so schnell saurer was natürlich doof ist also für mich zumindest ich bin ein süß schnabel ich brauche das so ein bisschen ich versuche zwar gerade so ein bisschen immer meine süßigkeiten zu reduzieren aber das heißt natürlich nicht dass das immer funktioniert und durch den kombucha habe ich dann einfach jetzt mal eine möglichkeit einfach auch diesen anderen geschmack in meine welt in meine geschmackswelt zu integrieren ich trinke ja zum beispiel apfelessig selber mache ich unheimlich gerne auch in linsen eintopf zum beispiel dieses süß saure ich weiß nicht wer das kennt dadurch ich kenne zwar den saureren geschmack aber ist halt doch schon unterschied ja und dann geht es wieder von vorne los das heißt ich habe den tee gekocht ich habe den zucker dazu abgewogen ich habe mir extra ich habe es mir bei dm geholt den rohrzucker und ich fand es jetzt preislich vollkommen okay und dementsprechend passte das dann ganz gut und habe dann eben die 70 gramm rohrzucker abgewogen und die sind dann auch dort wieder mit rein gemacht und ja also eigentlich genau das gleiche wie vorher auch nur eben das ist jetzt schon die zweite runde war ich hatte auch ein zwei fragen von dem hersteller und habe dort eigentlich auch zu anfang ganz gut irgendwann noch eine antwort bekommen es war ein bisschen schwierig weil ich glaube da werden sachen vorausgesetzt so sahen die antworten auch aus ich musste viel noch mal nachlesen habe für mich dann entschieden okay so mache ich es jetzt die cellulose ich wusste nicht wie soll man sie jetzt abmachen wie geht es weil theoretisch kann man sie abmachen man braucht sie nicht dafür ich habe es irgendwann als der pilz bzw die schicht auch schon relativ dick war habe ich es wirklich jetzt auch abgemacht es war eine kleine schweinerei aber ich habe es jetzt abgemacht damit zeit eben nicht nur cellulose sondern einfach auch ganz viel von dem pilz übrig bleibt ich habe es leider nicht gefilmt wie es abgenommen habe aber ich denke das bekommt ihr dann auch hin und wie gesagt ich habe dann den tee auch wieder ziehen lassen ich hatte den rohrzucker herein gemacht dann kommt wieder 600 milliliter von dem wasser dazu und ist alles sehr sehr spannend und dementsprechend alleine deswegen macht's halt schon spaß ich habe übrigens auch hier wieder die wartezeit mit dem tee raus geschnitten nur so damit ihr euch nicht wundert ich glaube nicht dass ihr dabei zugucken wollt wie dieser tee zieht acht minuten können nämlich unglaublich lang werden also man braucht da schon eine gewisse beschäftigung die da einfach mit dazu gehört und also habt da ein bisschen geduld ich bin nicht die geduldigste ich glaube ich sag das in jedem video also lasst euch da so ein bisschen zeit keine ahnung wascht in der zeit ab putzt die küche oder irgendwas damit ihr halt auch nicht die zeit vergesst also dass da irgendwie dann der tee extrem dann wird ich weiß nicht was passiert wenn man es zu stark macht aber wie gesagt acht minuten können lang werden und genau und auch hier geht es dann eben wieder weiter dass ich dann halt eben den das ganze zusammen mische und dann wieder sieben tage warte ich habe es jetzt bei den sieben tagen aktuell gelassen ich muss dazu sagen ich bin mir aktuell nicht sicher ich habe auch aktuell keine antwort mehr von denen von der firma bekommen fand ich ein bisschen schade dass ich da irgendwie so ein bisschen dann alleine gelassen wurde weil ich hatte das gefühl irgendwie schmeckt muffig kann jetzt auch täuschen man hat ja auch nicht jeden tag seine gleichen geschmacks nerven aber dementsprechend fand ich das dann halt so ein bisschen hatte ich noch mal nachgefragt habe leider keine antwort bekommen an sich finde ich das set wirklich gut ich mag es weil einfach wirklich alles dabei war und habe dann eben auch für euch jetzt so ein geschmackstest noch gemacht damit ihr seht das sieht halt aus wie apfelsaft man sollte übrigens falls man den noch so ein bisschen noch mehr coolen säure zum beispiel mit erzeugen soll also erwartet jetzt nicht schon sprudelwasser ne aber dann kann man das noch wenn man es schon abgefüllt hat in die flasche draußen stehen lassen also in der wärmeren region und dann bildet sich noch so ein bisschen da unbedingt einmal am tag die flasche aufmachen damit da dieser druck nicht zu massiv wird und aber ich habe es für mich jetzt immer entschieden ich stelle es gleich im kühlschrank ich habe mir auch zu der großen flasche mehrere kleine flaschen geholt damit ich einfach da so ein bisschen flexibler bin wenn da das ganze getrunken wird und so genau also wie gesagt da ist jetzt erst mal die runden werden jetzt gedreht ich trinke es frühs und manchmal mache ich mir auch mittags oder abends nochmal einen kleinen schluck mit rein und verdünne das eben mit ein bisschen saft und und genau als fazit muss ich sagen es ist jetzt nicht dass ich wirklich irgendwas spüre ich trinke es es schadet mir nicht und ich versuche da jetzt einfach dran zu glauben und bestimmte sachen gerade was natürliche sachen angeht braucht einfach eine gewisse zeit um da eine veränderung kennenzuführen also lasst euch da dann nicht gefilmt als ich es nochmal gemacht habe damit ihr einfach seht ich mache es einfach weiter ihr seht so ein stück weit die veränderung des scooby also dementsprechend lasst euch jetzt nicht wundern als wenn es jetzt wieder von vorne los geht nein es geht nicht von vorne los also zumindest nicht das video dass ich euch das zweimal reingepackt habe sondern es geht wirklich nur das reine der ablauf geht nochmal von vorne los damit ihr wie gesagt schaut der scooby hat sich natürlich auch verändert und dadurch ist es dann auch eine schöne variante da einfach ein bisschen zu schauen das ist so ein bisschen ja wie so ein wirkliches experiment wo man so ein bisschen schaut und dinge dazu lernt und auf was beobachtet ja also lasst euch da mal überraschen wenn ich dran denke und das set noch gibt kann ich euch das ja verlinken grundsätzlich haben die geholfen ich fand die anleitung sehr verständlich wie gesagt das set war vollständig und war wirklich für alles da was man braucht die flasche war da das glas war da das tuch und der gummi um das abzudecken ach so dass da da darf übrigens keine luft reinkommen falls ich das noch nicht erwähnt habe also lasst euch da äh bitte keine deckel aufschwatzen die deckel gehören da nicht drauf da gehört ein tuch drauf was mit dem gummi befestigt wird damit halt dort nicht zu viel luft reinkommt aber eben halt auch trotzdem noch luft reinkommt als wenn jetzt irgendwie ein deckel drauf wäre und ähm ja was ist noch zu sagen ich finde es manchmal ein bisschen schwierig ähm zu entscheiden wann macht man es wann macht man es nicht ich würde glaube ich gerne weil es halt wirklich manchmal sauer ist äh das gerne schon eher rausnehmen bin mir aber nicht sicher ob es dann die gleiche wirkung hat absicht die dahinter steckt und und aber gut ähm das ist dann so wie es ist und ja und ansonsten freue ich mich gerade einfach nur dass es grundsätzlich ja funktioniert mir ist der scooby nicht abgestorben also dadurch ist erstmal alles richtig und ja ähm während ich da jetzt noch so ein bisschen werke vor mich hin äh wer meinen kanal noch nicht kennt äh grundsätzlich äh sonntags um zwölf kommt immer ein bastelvideo oder irgendwie so wie heute zum beispiel einfach mal was anderes und äh dann kommt um 16 uhr auf dem sonntag immer ein musikvideo je nachdem wenn ich jetzt zum beispiel abends mal weggegangen bin auf dem freitag oder samstag dann kommt ein größeres video eher online und das kann auch mal später als 16 uhr sein und ansonsten ähm kommt immer ein video mit einem lied äh wo ich dann eben schaue dass ihr dann wo ihr vielleicht schon die ganzen auftritte gesehen habt also wo ihr ein zwei stunden video äh schon online habt habe ich dann eben nochmal die einzelnen lieder weil ich weiß dass nicht jeder mag irgendwie gefühlt zwei stunden sich vor dem pc setzen oder irgendwie und das video sich anschauen dadurch habe ich mich dann irgendwann entschieden je nachdem wie es halt ist dass man dann wirklich das ganze ähm aufteilt und dann eben einzelne lieder auch hat finde ich jetzt persönlich ganz gut es kommt auch bei euch relativ gut an es ist mal mehr mal weniger geschaut ist auch vollkommen okay ich kann ja noch dazu sagen ich nutze den kanal für mich selber ja auch ich halte schöne erinnerungen damit fest ich mag damit sachen einfach auch für mich bildlich festhalten und freue mich natürlich wenn ich anderen damit auch was zeigen darf und das auch gerne gesehen wird und gerade auch die basteleien oder so vielen vielen dank übrigens für jeden einzelnen abonnenten den ich habe und ich freue mich über jeden einzelnen kommentar jeden daumen nach oben und freue mich wenn ihr dann eben auch nächste woche wieder da seid bis dann tschüss Çok schön Danke Grazie Vielen Dank.